Freie Wähler Landtagsfraktion. Unsere Abgeordneten spenden ihre Diätenerhöhung. Hallo, mein Name ist Dr. Peter Bauer und ich möchte die Gelegenheit nutzen meinen Dank an die Polizei in Bayern auszusprechen. Täglich ist sie für uns rund um die Uhr im Einsatz, schützt unsere Bürgerinnen und Bürger und gibt uns das Gefühl von Sicherheit. Leider verunglücken Polizistinnen und Polizisten bei ihrem Einsetzen auch immer wieder. Diesen Beamtinnen und Beamten möchte ich mit meiner Zuwendung an die Bayerische Sozialstiftung unmittelbar helfen. Und dann gibt es bei uns in Ansbach seit 2009 die Freiwilligenagentur Sonnenzeit. Viele engagierte Bürgerinnen und Bürger entwickeln hier neue Projekte, beraten Initiativen und Einzelpersonen oder fungieren selbst als Träger. Gerne unterstütze ich auch diese segensreiche Institution und sage herzlichen Dank. Wir helfen Menschen, die wegen Corona in Not sind. Freie Wähler Landtagsfraktion Freie Wähler Landtagsfraktion Freie Wähler Landtagsfraktion Freie Wähler Landtagsfraktion Freie Wähler Landtagsframble